der duschlampe tost hier tobi und ich bin ja auch dabei ja ich habe ich habe mich gerade eben noch selbst gemerkt ich wollte was anderes nehmen jetzt ist zu spät ja los geht lang ich weiß ja nichts ach ich muss und das leben sich gar nicht kaum leber leber leck wird was klaue acht mensch was sollen das ist runter ja das ist die keine ahnung schweiz wir zeichnen das wort ich auch nicht den rauchen ruck aus einem blauen pilz das andere ist nur eine hilfe ja jetzt habe ich zeit ein bisschen auszumalen das sieht aus wie dieses sexspielzeug aus der werbung was immer im fernsehen kommt ja ich weiß ich weiß dass du da drauf kommst also jetzt grinsen mit der haare sieht er aus wie eine steckdose ja vor allen dingen weil ich da nichts mehr habe wo das hingehört was heißt das gelache ja du hast du hast du hast bestimmt noch was in die hose wo es hingehört wenn die frauen das sagen das ist ein kompliment pferdepony auch nicht schlecht das ist der hammer es gibt kein pferdepony ne das gibt's überhaupt drin das gibt's überhaupt drin ja ich benutze sowas schon seit jahren nicht mehr ja ich auch nicht ich habe eine glattes in der jugendzeit ja ich auch fast ja ich beinahe ich muss immer noch an den beinen benutzen was soll ich ein bisschen ein bein mit oder was weiß ich mir dann schöne figurtrefflechen ne da wollen wir noch an den beinen oh ich war wieder ein bisschen pikselig unterwegs so weiter geht's Leute der Stern sollte den anderen treffen die Racken der Strichermännchen das ist jetzt Krippeljohr für Fortgeschrittene in dem man das langsamer sieht ja ja genau genau Hörerspielkeitsgrad wer zeichnet denn überhaupt ich keine Ahnung macht gar keinen Sinn ähm ich mhmhmhm äh äh geht es äh letztendlich um den Gegenstand den du zeichnest oder um die Person daneben also um den Kreis ah ok um den Kreis das andere ist Hilfestellung ok ok also wie bei mir um welchen Kreis denn um den Kopf oder wie Moment der Kreis kommt glaub ich noch ach so ich hab schon lange also jetzt hab ich grad einen roten Kreis also ne bei mir kommt grad erst der Dach ne bei mir kommt grad erst der Dach ok dann haben wir den Warnsitz dann haben wir einen mega Delay also ja ja dann haben wir einen riesen Delay der ist noch lange nicht da rote Kreis da ist grad ein Fenster ja genau jetzt kommt die Tür jetzt kommt die Tür erst also bei mir ist die Zeit auch schon abgelaufen bei mir jetzt gerade auch Puppenhausen ja ne das ich hab ein Mädel daneben du hast eine Puppe nach Antätern gemalt also ah ne das jetzt bei mir hat das nicht mal das Mädel eine Puppe ja warte mal dann machen wir mal einen kleinen Cut alles klar das ist nichts gut Cut Cut dann gehen wir runter ich hab mich grad getreten warte mal das ist bestimmt Fuß ne es geht um das ganze welcher Scheißfogen ist das denn? es geht tatsächlich ausnahmsweise um das ganze welcher Scheißfogen ist das denn? ja das seht ihr gleich spätestens jetzt oh nein oh mein Gott oh Gott ich hab's immer wieder ist das toll gegen Ende ist richtig herrlich aber Piepvogel war auch fast richtig ne? ja klar Nuka genervt im TTT-Spiel jaaa guck was hier ok ok aha ich weiß was es ist richtig ne? nö ähm ähm sag mal eine also ich komm jetzt nicht drauf sag mal Marc sag mal was was ich komm jetzt Marc schreib mir das mal bitte schnell du was ist du hast mir auch schon wieder irgendwas geschickt ein Stern hallo der sollte aber zu meinem hey nein der sollte zu meinem Kumpel nach MCD ja ist klar äh Gangster oh mein Gott Gangster ne aber gut gezeichnet aber trotzdem ne er hat mir nur einen Stern geschickt alles gut was ein Stern? ja ich hab gerade erst nachgeguckt ihr schummelt ne bis zum nächsten Mal stimmt sehr merkwürdig so na auch nicht ich werde hier gemobbt hab ich das Gefühl nein Quatsch gemobst? gemobst? nein nicht gemobst 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 ah äh pf bitte was? 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 mehr Strom ist eigentlich schon da ah aah aah b nö da komm ich doch gar nicht drauf das schon? ne aber das war schon das war schon ne das war schon hab ich nicht mehr zu schreiben achso ich weiß ähm was haben all diese äh soll ich mal jetzt noch so sagen ah ja was haben denn diese Dinger gemeinsam Manno ach verflucht auch nicht sein Adjektiv Adjektiv ok aah ich seh was was der noch dran ist ach mein Gott hahaha elektrisch juhu ok das war gut ja nur die dazu ist um genug das Richtige zu schreiben aber ich musste langsam tippen im Irak äh ähm nun kann man sich ändern dran und Ruko auch oh das ist eine eine Elf ich bin eine Biene oh hab ich nicht gesagt ne Biene mit nem Messer fast ne fast ne oh ne ha oh 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 das ist ein bisschen na das ist ein bisschen schief gelaufen oder das ist ein Mörder ich hab das zeitlich nicht mehr geschafft ich hab scheiße das ist Igor gewesen ja der glückte von Notre Dame ich wollte eine Frau zeichnen und sie durchstreichen weil sie getötet wurde in der Krise dann werden wir wieder voll durch den anderen gekommen ja ein Glück dass sie mich durchgestreichelt hast durchgestreichelt durchgestreichelt weil sie gut aussieht würd sie gern durchstreichen okay gut zurück zum hä ja Mann Sauerei ja du guckst jetzt ich hab das noch geschafft auf dem letzten Knick Ruko 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 Sensationau Ruko 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 so Leute jetzt gehts richtig los oh weia wir sind schneller wir sind alle alt hier ja 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 äh wir haben haben wir grau ein Stück Scheiße was hör mal so er ist am Ende tippen gerade so hallo graue Maus braune Maus so ich hoffe ich zieg das jetzt auch hin hier so glaube ja mhm so ich weiß was ich weiß was es ist wartet mal bitte ja ich weiß es auch ähm so das ist aber richtig gut bezeichnet ja ehrlich sehr gut ne schwere also ausnahmsweise ein richtig schönes Bild also das ist ja auch nicht so schwer zu machen ja also da ist mir jetzt echt Mühe gegeben ja also richtig schön was mit Tobi die größere das ist auch nicht so wirklich das Einzige was wir auch so kann ne was rasieren? ne ihr kennt mich noch nicht also Vollfahrt hier schon geflochten ich sehe aus dem Räuber du ich könnte jetzt mal zum Spaß mal kurz die Cam anmachen ich lass es erst mal lieber ich möchte mir erst rasieren okay aber hau die jetzt jetzt ach komm ich nehme das einfache ja 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 einfach ist immer gut was ist das oh mein ah ah hier Dings Mann Schlips Krawattere was denn darfst Mann das war mal einfach jo das war echt cool das war ja cool mit eindeutig oh jandere Simulator oh jandere Simulator jandere Simulator jandere Simulator ja ja Vira Kso Klo ey ja Vira und Kso und Klo geht ja Vira und Kso passt nicht hehehe schade ähm äh ne ne ja jahhh das ist aber auch Mona Lotte auch nicht Mona Lotte ja das zweite Orte sind ein bisschen länger äh sehr gut ich schreibts bestimmt falsch ne scheiß äh äh passram was steht da Ingo ach Imagine 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 ähm ah wie soll es uns vorstellen die ehrlich äh äh Doch was willst duesus machen für irgendEE B förberliche Finally äh 이거 US äh ähm wie soll ich noch was dann ich k Ich habe einen Plattenspieler und ich habe die Schallplatte genommen, die ich besitze. Und ich habe in meinem Weihnachtsvideo noch schon nachgemacht. Ja, das weiß ich. Das ist viel zu hart, echt. Ich muss mich erst mal holen. Ich bin raus. Nerv. Wieso fliegt man hier immer und warum? 2, 1, 0, 4. Oh, ich bin schon wieder bei anderen drin. Kein Nasenprobe. Wieder ein Drucker. Wenn man das linke hat, braucht man sehr viel von dem rechten. Wenn man das linke hat, braucht man sehr viel von dem rechten. Aha. Ja. Okay. Verursacht wird es... Davon. Okay. Schuppenflechte? Ja. 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 Da ist ja gerade das schritt. Ein Fernglas. Also ich hätte da jetzt was geändert. Casey Müller hat gerade gewonnen übrigens. Auf dem anderen Kanal. Ich quittze hier schon wieder doppelt. Ja, der andere wird gleich von alleine gehen. Ja, Casey Müller hat gerade gewonnen. Oder Miller viel mehr. Warum wechselst du denn immer? Hast du keinen Bock mehr auf uns, oder was? Oh, oh, achso, ja gut, das ist dann doch leicht. Ja, also ganz im Ernst. Ich wollte jetzt mal gucken, was da gemacht wird. Da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Doch, da fehlt noch was. Ich hätte Kokosnüsse. Ja, ich wollte die Kokosnüsse. Da wird die Kokosnüsse geklaut. Genau. Das ist mega schwer, ich glaube ich jetzt, das ist jetzt... Koko, du kannst super schweißen. Desoxyri Ribonuclein, sag. Der Tobi, der kriegt gleich aufs Maul, weil der frechste Lauf ist. Sekundärelektronen. Ja, das ist der Such, der kommt doch her. Eissapfen. Schleim. Äh. Okay. Ah. Ähm. Hä? Nee. Ach, ähm. 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 Will du? Hacksu. Was denn? Nicht Gedanken. Ekelhaft. Na gut, bei dem Wort, okay. Ä Oh, alter Bad луч. Letzter paar Schwarz, hahaha Hahaha. Bis deshalb es gar nicht weinen... Es waren nur stillgebrot also... Äh, äh. Äh, 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 dasぁ. Es war trotzdem... So, warum ist hier mein Eimer ausged frozen? Vielleicht noch... Äh, so. Habe ich recht? Was? Habe ich recht? Womit? Mit allem. Was denn? Was? So. Und dann sind's hier, ähm, hallo, geht's noch? Lass mich doch mal. So, einzelne, so, oder manchmal wachsen sie auch so. Hab ich doch gesagt. Ich bin doch auf dem falschen Kanal, oder was? So. Ach, ne, doch. Das ist gut. Ich meine, hier kann man auch noch ein paar draus machen, so. Das hast du aber echt schön gemacht. Äh, ja. Ja, das stimmt. Das sieht etwa aus wie unsers hier hinten. Gras! Echt? Noch so grün? Nee, eigentlich eher braun, aber... Wenn du's original meinen willst, musst du's ja anders machen, ne? Als Steppe. Alles gelb. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Wie wird da Kilimanjaro geschrieben? Ja, wie ein Kondom aus für mich, ne? Nein. Äh. Oder... Wenn ne Pinn ist drin... Ja, kommt auch rein. Der Ruf, äh, der Tobi kennt sich aus. Verlückt sich jeden Morgen. Hm. Ich nicht. Ah, ich weiß, was das ist. Meinen sind von Haus aus. Ah! Meine Güte! Der Tobi kennt sich aus. Verdammt, du! Lipstick! 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 Ja, ich weiß, was ich nicht. Ja, ich weiß, was ich nicht. Aber jetzt... Jetzt, jetzt geht's los, Leute. Jetzt, jetzt, jetzt. Da kommt dir nie drauf. Ähm... Da kommt dir die drauf. Ja, du fängst nicht an, ne? Ist das geil. Ja, das stimmt. Ach! Ist es vielleicht... Warum goldlocken? Das Ding ist schwarz! Oh, ne geile Idee! Ja! Schneller als WhatsApp, yes! Moment, bitte was? den hatte ich doch auch mal bei mir war es das nur was bei mir der behälter glaube ich und bei mir war es glaube ich der kenne ist der kanister ich bin ja auch immer so sparsam von daher ist man könnte ja noch was dazu malen stein ja okay muss wieder etwas schneller machen also bei toben kriegt er immer knackst du hast geschietet hat er gehört hast dich eiskalt selbst an den pranger gestellt ist nicht wahr oder gott sei dank die welt geht ja nicht ich habe gerade gesehen planeten ah kontinent euch hört ich gerade schreibe verdammt ja errucke wie bist du denn auf kontinent gekommen weil ich keine arme ich weiß es wirklich nicht ich habe einfach nur irgendwie erdbeil gedacht oder so was und dann haben wir einen kopf von den buchstaben gegeben vielleicht musste er auch gerade hat dann seine inkontinenz gedacht ach ja ich weiß es was hallo 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 was denn hier los es ist nicht doch auch ich hatte es doch mag hast du es ja ja ich habe es was soll das sein ja ist voll eindeutig chinesenkäfer asiatischer käfer asiatischer käfer der hat schlitzaugen wenn die beiden nicht können wir uns als einen jäger nennen ja genau ja jetzt kommt es mal schneller bei dir ist langsam hehehe 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 ach wie wird es beschrieben oh ich habe es oh doch 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 danke tobi huuh das ist nur zum grösten verhältnis die figur hier oben ne ach so aha ähm zum grösten verhältnis ja das grösten verhältnis seit galgen hehehe 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 ich glaube so manch einen youtube kanal bewegt sich gerade drauf zu hehehe 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 nehm ich gerne an hehehe hehehe ja ja klar abgrund hehehe zum grösten verhältnis ein abgrund ne ist klar hehehe hehehe ja so zähl ich nur eke gemein hehehe grösten verhältnis für den abgrund alle klar hehehe ja also zähl ich nur ein dreieck gemalt dann das wäre doch schon mal gewesen also hätte ich also hätte ich das wort gehabt ich hätte ruko nachmalen oh ne hehehe ne ist das klasse ein bisschen schneller wie raxu und diesmal wirklich erstmal das wo mis geht zeichne weil du bist ja langsame hehehe ihr bist zeitlupe du bist echt zeitlupe es ist das adjektiv ok heiko weiß nicht mehr es ist das verb hehehe 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 ich weiß doch nicht mehr was was ist hehehe hehehe pfff das tu wort aha so ich wüsste was es überhaupt ist hehehe 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 rum 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 ah hehehe so 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 irgendwie so blub blub das sind die türen motorhaube hauto war äh äh quatsch das scheiß egal wo das tu wort hehehe ja das tu wort zu diesem ding hier hehehe hehehe das ist keine brücke ich hab auch keine ahnung hehehe yes ich hab keine ahnung ich auch nicht jetzt kommts wie heißt denn das ne absperren keine ahnung was das ist dann nass wir ab davon sperren sperren ich glaub das ja nicht es ernsthaft und da machst du vrum vrum ernsthaft du musst nur autofahren oder fahren zu bringen ernsthaft das ist doch nur ne straße ja du bist der hammer du bist der hammer du bist der hammer jetzt wirds echt scheiße oh Gott oh sekundärelektronenbeschleuniger oh das auch langsam oh 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 äh hm 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 hmm ne ne need to machen dafür hast du keine zeit nein ich kann das nicht machen ja bei mir bei mir schreibt da gerade nichts ich brauche die gar nicht mitmachen jetzt gerade echt wirklich ja schon aber mit einer wahnsinnsverzögerung ach ich weiß es doch keine ahnung ach doch das war richtig ja wonach sieht aus ich bin das erste ich bin das erste mal ist ja das denke ich mir auch die große kritikerin guckt sie euch an sechs sekunden vor feierabend macht es weg zu recht auf den fünften und nur weil quittige gequittet hat total verrückt